Ein C-Race ist ein Kniegelenk, was auf einer Orthese eben gebaut wird, um in der Stand- und der Schwungphase den Betroffenen zu unterstützen. Und den Betroffenen darüber reden wir, also damit meinen wir eben Patienten, die Lähmungserscheinungen haben in der untere Extremität. Und mit dem C-Race unterstützen wir hauptsächlich die Oberschenkelmuskulatur. Das Besondere am Gelenk ist, dass es eben nie gesperrt ist und auch nie komplett frei ist, sondern dass es ein physiologisches Gangbild ist, wo ich halt eben gedämpft in dem System am Boden komme. Ich könnte es auch am Anfang sperren, ich muss es nicht sperren, aber ich kann gedämpft am Boden aufkommen, ich kann das Bein physiologisch durchschwingen, dadurch natürlich die gesunde Seite entlasten. Ich kann aber auch eine Treppe runtergehen. Wenn ich die körperlichen Gegebenheiten habe, ist das alternierend möglich. Ich kann eine Rampe runtergehen und vor allem habe ich ein sicheres Gehen und Stehen. Es freut uns als erstes österreichisches Unternehmen unseren Kunden ein derartig innovatives Hilfsmittel bieten zu können.